...genommen. Hannes Löcher. Paretz. Löcher. Hannes Löcher. Die richtige Schärfe hat die Gerichtung. Das war wieder Hannes Löcher. Ein bisschen leichtfertig, was Beckenbauern und Schwarzenbecken... ...wird dieses Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Ein Elfmeterschießen gibt es allerdings. So war es doch bisher ein unglaublich dramatischer Kampf. Ein spannendes Spiel, wie man es sich... ...Löcher und Töne ist. Uli Hoeneß. Flohe. ... Vielen Dank.